willkommen zu einer neuen folge auf meinem kanal rams ist der dicke es ist dienstag das heißt wir haben wieder ein gewinnspiel für euch vorbereitet ich sage immer dazu wenn wir gewinnspiele machen dann am dienstag und geben dann immer eine woche zeit wo man mitmachen kann deswegen gleich vorweg auflösung von diesem gewinnspiel was heute am dienstag beginnt ist am montag die woche darauf bei chill mit rams ist im live stream ab 20 uhr chill mit rams ist in 21 uhr ist die verlosung im live stream und ihr müsst anwesend sein also macht doch gar nicht mit wenn ihr wisst dass ihr da eh nicht da seid und keine zeit habt beim letzten mal auch silke silke hat gefühlt 15 bis 20 kommentare unter das video geschrieben hat die kommentare sogar falsch geschrieben hat nicht mal den hashtag drin gehabt und dann war sie ja sowieso nicht mal anwesend als gezogen wurde und hätte sowieso auch gar nicht gewinnen können aber das begreifen die leute nicht bitte denkt nach wenn ihr bei einem gewinnspiel mitmacht dann hört auch bitte mal zu was man überhaupt machen muss das ist das wichtigste und wann das ausgelost wird dass ihr dann auch da seid wenn das so ist heute dienstag heute gewinnspiel montag dann die auflösung ab 20 uhr der stream und 21 uhr wird gelost so dass die leute zeit haben sich da einzufinden und wenn ihr gezogen werdet müsst ihr sagen dass ihr da seid und dann passt das damit nicht wieder irgendwelche fakes ankommen und irgendwas abkrabbeln es hat jetzt ewig gedauert wir hatten eine level 46 account den wir rausgehauen haben den mussten wir dreimal neu verlosen weil es immer wieder probleme mit dem gewinner gab und dann fake accounts gemacht wurden die sich gemeldet haben und ihnen entgegennehmen wollten oder irgendwelche leute ihren eigenen trainer namen nicht wussten wir haben heute hier einen blauen level 40er gesponsort von anna rotten roxy ich weiß nicht ob ihr die kennt anna rotten roxy hat die kennt man im fanschade vielleicht bei telegram liegen in der beschreibung die hat gesagt sie hat noch einen kleinen account das würde zu viel sie kann das nicht alles handeln den möchte sie abgeben den hat sie mir jetzt gegeben der war auch schon ewig nicht mehr aktiv wenn man ins tagebuch gucken am 25 dritten wurde das letzte mal damit gespielt und was gefangen es ist jetzt hier der zwölfte siebte also der ist wirklich tot da wird nichts mehr mitgemacht trotzdem ist es ein blauer level 40 er account der hat auch hier einen buddy auf der schulter ich möchte euch ganz kurz mal zeigen was der ansonsten so hat was interessant ist für die leute sind meistens die die hundertprozentigen wir suchen uns also die hundertprozentigen mal raus die der hier hat wir sehen da visa floor ist zum beispiel da glumanda shiki tourtok also die ganzen starter wären am start ihr habt hier bibor taubos also alles was ihr auch zu einer mega entwicklung machen könnt ein pikachu mit einem okinawa hemmd als 100 prozent für die leute die das nicht haben die könnten sich das natürlich auf den hauptaccount rüber tauschen wir haben ein hundertprozent shiny sandan wir haben hier noch mal sandana auch als sandana auch als shiny mit 100 prozent nido ransen wulpixe pummelufs blutzugs erlöste endons knofenser porenda hier galla sieht auf jeden fall auch gut aus ja sag ich mal eine ganze genger armee ein hundertprozent krypto kigli das ist auch was geniales hundertprozent kangama kann ja auch die mega entwicklung durchführen hundertprozent taurus die meisten tauschen das wahrscheinlich eher auf ihren account und das war's dann ihr könntet ein hundertprozent garados machen ist auch schon entwickelbar hundertprozent der ero kack sprühel also viele die mega sein können als hunder da drauf hier dragoran können da machen hundertprozent ihr habt hier im bagado drauf wollte die lahm auch wieder also einfach rost was ihr auch als mega entwicklung machen könnt ihr habt hier babunga rams ist der dunga und babunga auch am start kramurks traunfugil traunmagil bodugil pansaera und damia despoda hundertprozent despoda sogar mit katapult und steinkante also mit sieder ja tagge zumpex könnt ihr machen als hunderter bummels macht kein bummels aber ihr könnt ein hundertprozent stolos machen was auch noch eine mega entwicklung kriegt dann habt ihr hier noch ein paar sachen hier habt ihr noch was wir scrollen immer ein stück hier durch ihr habt dann noch stader mit mützen stader mit ohne mützen krypto stacher lili 100 prozent scheinux ganz viel dabei babys sind auch am 200 prozent pan timimi als babys knackrack 100 prozent knackrack 100 prozent shiny mit erdkräfte sieder attacke noch ein hunderter knackrack magnetilo also magnetzone was auf jeden fall mega stark und interessant ist genauso wie hier mammut hell auch mega stark interessant ein hunderter heat train aus einem tausch heraus veggie mark grill max sehe ich hier shiny dusselgur 100 prozent marakamba ist drauf als regionales auch in 100 wir haben ein paar lichtel noch flunschlich ich glaube den habe ich noch nicht mal aber der ist hier auf jeden fall mit drauf la bebe andere sachen flamm jau meltern 100 prozent digger ohne 100 prozent meltern macht eine meltern box an gönnt euch meltern bonbons xl bonbons können euch alles mögliche es ist so das ist das einfachste pokémon ums auf level 50 zu bringen und dann ist das auch noch ein 100 prozent das alleine ist schon richtig brutal und mega was wert ja wenn wir uns die shineys mal angucken was haben wir für shineys hier drauf wir haben die starter natürlich wieder gut nicht alle trotzdem haben wir shineys da wir haben hier ein paar sie der epoch ist natürlich andere aus events wir haben crypto shineys am start sich lords sind da auch getauschte kleine süße grüne rosane alles ist da farbigel was man ja nur immer zu bestimmten events und zeiten bekommen kann ist auch am start nur turzl kann ich nicht mehr sehen geh weg mit nur turzl die oxys ist da auch seltener kann man aber nicht tauschen muss man gleich dazu sagen musste man also wirklich selber bekommen hier noch kostümshineys kostümshineys ohne kostümshineys aber mit lucky noch ein paar sie das sachen kaum malatz dark reichshiney auch vorhanden hier ähm wie ridium kyurem meltan auch shiny gibt es ja auch immer nur zu bestimmten zeiten das sieht also auch gut aus und wir können noch mal kurz auf die legendären schauen die hier drauf sind wir haben aktors wir haben zapptors wir haben mutus und krypto mutu wir haben raiku entei suikun soikun auch als krypto ihr habt ihr lugia als krypto hoho rigiroc latios kyoko groudon vespre tobuts hydran rigigigas giratina chrysilia kobalium terrakium viridium boreos voldolos rigiram sekrom demeteros nochmal kyurem xeneas iviltal bin mal gespannt wann die als shiny eingeführt werden kapuriki kapufala wisst ihr bescheid sind auf jeden fall interessante pokemon drauf ich muss sagen ich hätte nicht gedacht als ich den bekommen habe dass der so gut ist weil sie meinen sie hat noch einen kleinen account den sie nicht mehr braucht ich habe gedacht naja gut kleiner account ist ja hier level 32 oder irgendwas aber da sind richtig fette sachen drauf der so besser ist als bei den meisten der main account muss man schon sagen so gibt es noch was zu zeigen eigentlich nicht wie macht ihr mit wenn ihr bock habt diesen account zu gewinnen dann ganz einfach schreibt den kommentar wieder unter dieses video mit angabe eures trainer namens das ist wichtig achtet mal drauf dass ihr selbst euren trainer namen angibt dass man weiß an wen der geht wer das ist und dass wir das zuordnen können zweitens einem infotext natürlich wieder was ihr an dem account besonders mögt warum ihr den gewinnen wollt was euer highlight auf dem account ist und was ihr damit macht also nehmt ihr den als zweiter account nehmt ihr den als neuen main account weil eurer schlechter ist wollt ihr den ausschlachten tauscht ihr euch die shinies rüber tauscht ihr euch die legendären rüber nehmt ihr den als raid hilfe reicht ihr damit pokestops ein warum wollt ihr den account gewinnen schreibt es mal rein warum habt ihr interesse warum wollt ihr also die die mitmachen die machen mit aber die haben ja einen grund warum sie mitmachen also einen infotext als zweites ne und als drittes natürlich den hashtag für dieses gewinnspiel und da der account ja pogo wild heißt dachte ich wir machen einfach ramses go wild das klingt lustig aber mit drei zahlen versteckt also das e bei ramses ist eine 3 das o bei go ist eine 0 und das i bei wild ist eine 1 das steht auch so am body für jeden eigentlich ersichtlich also wer bis hierher geguckt hat dürfte da keine probleme haben ansonsten sieht man sie auch noch mal groß das ist der hashtag für dieses video ramses go wild auflösung montag chill mit ramses 21 uhr ab 20 uhr beginnt der live stream 21 uhr wird verlost schreibt euren trainer namen rein das ist der erste punkt schreibt eine begründung rein warum ihr den gewinnen wollen und was ihr damit vor was euch besonders gut gefällt und überhaupt und drittens den hashtag mehr ist es nicht ansonsten war es das jetzt von meiner seite aus wir sehen uns beim nächsten mal wieder guck mal die allgemeinen pokémon habe ich mir gar nicht angeguckt ich habe noch ich habe noch 100 angeguckt nach shinies und nach legendären es sind ja sogar auch noch hier zum beispiel kostümierte starter drauf die sind nicht shiny nicht legendär nicht 100 aber die sind trotzdem vorhanden also der hat noch mehr zu bieten als ihr eigentlich dachtet gerade wenn wir uns das ja angucken noch so pikachus mit ballons drauf hier zum fünfjährigen und andere sachen also was der wirklich alles beinhaltet das seht ihr dann wenn ihr den account in den händen habt und nochmal ruhig und gemütlich selber durch stöbert wie viel e kognitos sind auch drauf es ist sind so noch mehr regionale auch drauf wie ich gerade sehe das sieht auf jeden fall richtig genial aus so viele glücks pokémon auch die man hier sieht hier guck mal kurdel kurdel wollt ihr ja schon mal einen kurdel haben kurdel ist auch drauf kurdel ich glaube das ist wirklich einfach ein richtig genialer starger account so viele dioxes noch drauf in allen möglichen varianten und form ansonsten war es das jetzt von meiner seite aus wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin peace out vorhaut euer ramses und dankeschön an anna roten roxy für die bereitstellung dieses accounts ich könnte natürlich weiter spielen aber ich möchte euch eine freude machen also wir sehen uns dann am montag bei der account verlosung 21 uhr hau die drei punkte rein erstens zweitens drittens und es wird eh wieder leute geben die einfach schreiben ich will gewinnen weil ich finde ihn gut vergiss es vergiss es alles klar peace out vorhaut euer ramses wir sehen uns dann ab und 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 ab